Ja, und nun brauchen wir natürlich noch Handwerkszeug für alle möglichen Gelegenheiten, in denen wir Grenzen setzen wollen oder müssen. Bitte tun Sie das nie im Problembereich, also wenn der Knatsch gerade da ist, wenn der Ärger gerade da ist, wenn wir mitten im Problemfeld sind. Da sollten wir nicht damit beginnen, Grenzen zu setzen, sondern dann ist es gut, das erst mal durchlaufen zu lassen und dann kommt eine Ruhephase und irgendwann danach, möglichst innerhalb von 72 Stunden, gutes 72-Stunden-Modell, wenn man mit sowas anfängt, ja, weil dann ist der Ärger schon abgeklungen. Dann habe ich mich als Pädagogin, Pädagoge, als Elternteil auch wieder ein bisschen beruhigt und dann kann ich es nochmal anfangen. Also die Änderungen von Verhaltensweisen, die setzen wir am besten immer in einem Bereich, in dem es gerade kein Problem gibt. Das sind die Zeiten, die wir zu Hause haben mit den Kindern am Tisch, ja, oder in der Kita am kleinen Tisch, wenn wir darüber reden, wie das das nächste Mal sein soll, wenn wir zusammen rausgehen, ja, dass wir dann eben die Anoraks dann doch erst mal wieder von den Haken nehmen und nicht reißen und wo wir die Schuhe dann wieder finden und wer wem hilft und diese ganzen Kleinigkeiten, die bespricht man dann am besten im problemfreien Bereich. Und das sind ja auch Grenzen. Grenzen orientieren sich immer an dem, was Sie wollen. Und bitte, ich sage ganz bewusst an dem, was Sie wollen, weil das Möchten ist mir zu abgeschwächt in diesem Kontext. Was wollen Sie? Wie stellen Sie sich Ihre Arbeit vor? Wie haben Sie diesen Tagesablauf für sich geplant und dabei auch genügend Freiraum gelassen? Natürlich. Kinder müssen aber ganz genau darüber Bescheid wissen, was wir wollen. Ja, also es gibt natürlich den Morgenkreis vielleicht morgens. Es gibt das gemeinsame am Tisch sitzen und frühstücken. Es gibt unterschiedliche Dinge, die sich jeden Tag wiederholen und dafür haben Sie natürlich Regeln. Und wenn wir dann mit Kindern sprechen, besonders mit Kita-Kindern und denen sagen, wir wollen das so und das so und die Garderobe soll so aussehen und hängen deine Jacke auf und tu dies und tu das, dann können wir bei den Kindern schon merken, wenn wir genau hingucken, dass die während wir reden weggucken. Die sind einfach raus aus dem Feld, die beschäftigen sich mit etwas anderem und dann gehen wir hinterher manchmal und sagen, hörst du mir eigentlich zu? Nein, die hören natürlich nicht zu. Wie denn auch, ja? Weil sie sich umschauen und auf ganz andere Ideen kommen. Kinder sind sehr visuell orientiert. Die hören also viel weniger zu, als dass sie sehen. Und da kommt jetzt ein guter Trick. Wenn wir Grenzen setzen wollen. Das heißt, wir sprechen jetzt einfach mal über die Garderobe und den Flur in der Kita. Dann haben Sie vielleicht ein Bild davon, wie Sie das haben wollen. Also, dann hängen Sie doch diese ganzen Jacken und Mützen und diese Schuhe einmal richtig auf. Das kann man ja mit Kindern schon machen. Jetzt hängen wir das einmal ganz, ganz schön hin. Und dann fotografieren wir das. Dann wird also diese Garderobe fotografiert. Und dieses Foto, das kommt dann in Sichthöhe der Kinder, wird es angepinnt oder angeklebt im Flur, sodass Sie als Pädagoginnen und Pädagogen einfach nur noch zu den Kindern sagen müssen, schau mal so. Und das ist viel leichter. Also, wissen Sie, ich bin offenbar auf der Welt, um dafür zu sorgen, dass es alles ein bisschen leichter geht mit den Kindern. Und wenn wir Situationen, die wir haben wollen, fotografieren und zwar so, wie wir sie haben wollen. Also, ob das nun die Flurgarderobe ist oder wie wir am Tisch sitzen, wie der Tisch gedeckt sein soll, wie wir uns aufstellen. Wenn wir rausgehen wollen und wir machen das alles als Foto, nehmen die Kinder das viel leichter auf. Ich habe mich in den letzten Jahren sehr, sehr intensiv mit Gehirnforschung beschäftigt. Bin also mit dem Gerald Hütter unterwegs und mit Jesper Juhl und vielen anderen. Und da gab es für mich eine Menge zu lernen, unter anderem eben auch darüber, wie Kinder lernen und wie sie überhaupt aufnehmen. Und wir wissen heute, dass das Unterbewusstsein zuallererst umsetzt, was wir ihm als Bild geben, wirklich als Bild. Und wenn wir Bilder sprachlich übermitteln, dann sagen wir, stell dir vor. Stell dir vor, wir stehen da an der Türe, alle zu zweit angefasst und so. Und wenn man davon auch noch ein Foto macht, prägt sich das den Kindern viel leichter ein. Und wir brauchen nicht alles zu wiederholen. Das ist ja anstrengend für uns als Pädagoginnen und Pädagogen. Anstrengend für die Eltern und besonders anstrengend für die Kinder, weil denen kommt das schon zu den Ohren aus. Also deshalb nutzen Sie all diese schönen kleinen Geräte, die wir haben. Machen Sie Fotos und Fotos und hängen Sie die auf und wechseln Sie die immer wieder aus. Und dann merken die Kinder schon, aha, da gibt es wieder was zu sehen. Und wieder, glauben Sie mir nichts, probieren Sie es aus. Wir haben festgestellt in unterschiedlichen Kontexten, dass Kinder sich sehr, sehr viel mehr merken, wenn sie Bilder anschauen und da sehen, was sie tun sollen. Ja, das bis dahin. Steigen,holes im Kopf. Ja, das bis dahin. Ja, das bis dahin. Ja bis jetzt. Ja. Ja.